Dieser Ball ist die Erde und auf der Erde, da stehe ich drauf und zwar mit einer Masse von 72 Kilogramm und die Erde hat eine Masse von irgendwas 10 auf 24 Kilogramm. Da gibt es jetzt eine Gravitationskraft, Newtons Gravitationsgesetz ist g, klein m, groß m durch r Quadrat. Und wir tun als Physiker so, als würde diese blaue Masse in diesem Punkt, im Mittelpunkt der Erde vereinigt sein und dann ist der Abstand zwischen mir und der Erde, der wäre dann 6370 Kilogramm. Und das ist eine grobe Vereinfachung, eine Näherung, aber funktioniert eigentlich ganz gut. So und jetzt muss ich eigentlich nur noch alles einsetzen. Also ich setze die, das g setze ich hier ein, bei dem Radius muss ich aufpassen, äh Moment, das sind keine Kilogramm, das sind natürlich, das ist ein Kilometer, so. 6370 mal 10 hoch 3 oder 3 Nullerranden, die brauche ich in Metern, ja damit die Meter und die Meter hier so zusammenpassen. Ähm gut, ja einsetzen, das tue ich jetzt nicht, ja also das Quadrat nicht vergessen. Da kommt raus, ähm 706,8 Newton. Und jetzt zum Vergleich, jetzt mache ich es mal, Fg gleich M mal G, also diese 72 Kilogramm mal 9,81 Newton pro Kilogramm. Und da kommt raus 706,3 Newton. Ja und das ist gut, dass jedes Mal das gleiche rauskommt. Da ist also, diese M mal G Formel gilt immer auf der Erdoberfläche und die andere Formel, die, ähm, die gelbe Formel, die gilt überall. Die würde auch gelten, wenn ich jetzt in den Weltraum fliegen würde. Ähm und aber auf der Erdoberfläche gelten beide gleich. Dann nehme ich natürlich normalerweise die M mal G Formel, weil die einfach schneller geht. Und nun diese kleine Unsicherheit, also die 9,81, die ist, ähm, ich habe ja vorher grob gerundet, ja, also indem ich die Masse der Erde auf eine Kugel, auf einen Murmel zusammengepresst habe. Und die 9,81 in München vielleicht ein bisschen anders als in Berlin oder so, das ist nicht ganz so gleichmäßig. Das war aber dieser Vergleich, die Anwendung von einer Gravitation. Das war aber auch dieser Vergleich, die Anwendung von einer Gravitation.